ja hallo und herzlich willkommen wir freuen uns des guten geschmacks und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier ultimate admiral age of sails so wir verboten jetzt unsere truppen aus deploying so da haben wir jede menge marines so werden hier weiter euer unterstützung leisten haben wir echt viel feuerkraft jetzt hier so dann pult männer habe ich natürlich bei der marina auch gemacht kutterpullen er immer gesagt so hier der herr oberleutnant will wasserski laufen pult männer richtig cool so mega die blasen an den händen so und auch hier können wir eigentlich mit unseren marines hier an bord an land gehen hier genauso aber wohl das ist ein bisschen wenig fast auch als echt schön gemacht finde ich mit den mit den landungen gefällt mir sehr gut so dann vorwärts marsch ja auch die britische infanterie war sehr schlagkräftig muss man sagen die sogenannten rot röcke ein guter musketiere also eine starke linien infanterie seiner zeit so wir haben jetzt aber ja besetzen die segel und gehen hier aus der reichweite von dem voraus wasser des naja aber das haben wir mit dem entern hat ja noch nicht geklappt ne wenn wir es noch mal drauf es ist wohl er weiß wir holen uns das schiff lieber so dann vorher haben wir noch 100 mann sehr schön die gehen mal hier hinten um vielleicht so hier bin ich noch ein bisschen unerfahren ich habe auch alt mit general nie gespielt großartig ich habe zwar beide teile auf der platte immer mal mit sale gekauft aber noch nie gespielt so und ihr sichert hier den wald den zugang zum ort so der kampf um die ortschaft ist hier entbrannt mit euch gehen wir hier in die flanke weil man das mal so zack nee dann auf auf marsch marsch na komm und da die chargen direkt rein ja marines sind das ja nicht hier ne marines sind ja so einen eckigen Hut sowas hier glaube ich das sind glaube ich royal marines sehr schön die geben schon auf oder haben wir fein kontakt ja das doch ein bisschen mehr als ich dachte wenn wir hier die kanone besetzen ach das ist ein munitionslager ne interessant ich glaube wenn wir jetzt hier mal mehrere anwählen dann können wir irgendwie so aufnehmen ich bin noch nicht so am start mit der steuerung muss ich sagen ah ja kann man das so aufziehen eigentlich ganz cool da ist ein geschütz gucken wir uns mal hier also fallback detach skirmishers deployer unit of skirmishers ich verstehe nicht so ganz so jetzt gucken wir mal ob wir das schiff hier entern können verfluchte kacke ne ah der hat wieder spanische segel gesetzt so das übernimmt die richmond mal höchstpersönlich seros hat der anker fallen lassen hoffentlich so wir werden hier die straße auch mal sichern das könnt ihr eigentlich übernehmen so ist auch noch ein dorf da können wir eigentlich mal einen trupp zur aufklärung hinstellen hoch was macht ihr jetzt hier ach so warte mal die hatte ich ja ja machen die das und der rest übernimmt das vor die haben sich ergeben oder wie ist das so dann gehen wir mal in marschformationen was ist das hier hold also hoch mal ihr geht mal hier so hoch der auch und ihr geht stopp jetzt habe ich die skirmisher detached ne wollte ich nicht also da tut man die absondern doch irgendwie dämlich naja da bleibt man dann stehen verstehe und was ist das hier die fans mode ja mal ein bisschen die zweite reihe mit denen hier so dann haben wir jetzt ein liniengefecht ein klassisches sehr schön was die kalger hier macht jetzt hier vielleicht der ki überlassen oder so woanders mal ich überlasse das mal der ki einfach damit hier nichts schief geht ne und die nimmt der kurs hier das ist halt ein bisschen blöd hier erstmal ein bisschen höhe raussegeln ohne hier in die schiffe dann rein zu knallen setzen hier mal voller seger so dann zurück zu hier zum gefecht so geht ihr mal ihr geht mal hier sneak mal hier durch den wald da ist das gar nicht in marschformation sondern genau halt mit space auch okay gut zu wissen die ziehen sich mal zurück vorwärts marsch ok und vorwärts marsch ah die haben ja feindkontakt ne was mein ich dann einfach hier halt drücken ne ich dachte es ist also schade dass es da nicht nur irgendeine marschformation gibt und ich würde gern noch näher ran mit der kamera ja grafisch gefällt mir das spiel richtig gut bis jetzt hat im gegensatz zu ultimate general civil war und ähm in gettysburg hier auch keine unit sprites also so 2d grafiken sondern eben 3d einheiten fällt mir auch gut und hier vorwärts marsch so dann können wir gleich mal in die flanke chargen hier steuerung auch sehr schön hier dass man das so schön zeichnen kann das gefällt mir gut die chargen hier rein ok mutig mutig brauchen wir unterstützung hier haben wir noch zwei einheiten hier haben wir noch zwei einheiten oh was ist denn hier die navy hat da auch noch ein wörtchen mitzureden hier sind auch noch einheiten sehr schön ok dann können wir jetzt hier weiter auf das vorrücken wir stehen hier durch den wald und die nehmen die straße hier ja doch die gehen hier in so ne so ne marsch so ne kolonnenformation vielleicht wenn man wenn man längere wege marschiert vielleicht ne also jeder der hier auch was zu sagen kann ist gerne dazu eingeladen das zu tun das ist ja geil die sind hier ausgebotet ist das abgesoffen oder was das schiff die ärgern uns dann natürlich an land hier ne zack ouch 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 ah nicht gut geschossen leider cool ok aber das ist gut zu wissen dann ähm empfangen wir die hier vielleicht ein bisschen hier oben ne so war ja gut dass wir hier eine nachhut installiert haben so wie sieht es hier am voraus doch gefällt mir gutes spiel ey echt cool so cool cool so dann maschinen wir die mal durch wenn die da durchgelaufen sind dann sollen die noch eine salbe feuern dann chargen die da rein da landen gleich die spanier an doch das ist sehr schön echt gefällt mir sehr gut ach hier und hier ist dann der der weg zum see ist vorbewacht hier quasi ok halt so warte mal wow die steuerung wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat gefällt mir auch gut machen wir mal das hier nochmal wie das ok und dann haben wir hier jetzt ruhe so die werden jetzt hier aufgerieben passend ist wir hier nicht gegenseitig uns irgendwie rammen oder so ne wir machen was da immer ist wir nehmen hier aufsteller und nehmen die hier in den empfang dann kann hier die ceres ne mercedes ist das mercedes sich mit denen beschäftigen hier und jetzt werfen wir die anker bitte weiter ha 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 direkt keinen bock mehr die jungs kann ich verstehen so dann weiter im vor so wir chargen hier jetzt mal rein auf charge leute naja die haben aber die sind gar also recht wehrhaft trotzdem ne die die batterie hier hätte ich jetzt nicht gedacht ein bisschen überraschend haben wir jede menge mosketen gehabt so dann brauchen wir hier verstärkung ja aber trotzdem unsere infanterie macht das schon so ne warte mal das ist zu weit ja ich würde gerne noch näher heranzoomen das mache ich immer gerne bei solchen Spielen also auch bei total war das liebe ich auch bei total war total ja immer so ganz nah ranzugehen und den Einheiten so beim kämpfen zuzugucken das aus ja du expensive kom und Aber das sieht zwar alles gut aus, aber ja, ist halt jetzt auch hier die Einführungsmission, ne, die war jetzt, glaube ich, nicht so schwierig. Dann gehen wir hier mal wieder in eine saubere Aufstellung. Boah, da hier voll am Felsen, ne. Na ja, komm, Chachi auch mal rein, dann machen wir den Sack mal zu hier. Und dann da hier Moral, Cover, Condition, Reloading Supply, auch schön, dass die hier einzelne Offiziere haben. Man kann sich hier die Waffen angucken, das gefällt mir gut, Melee Efficiency, Reloading, sehr schön. Dann holen wir uns mal die einzelnen Truppentypen auch in Ruhe an hier, die haben noch ein Säbel dabei, Mosketen, die haben Bajonette, ah ja, sehr gut, gut zu wissen, Säbel ist natürlich dann an Oberdeck, kämpfen wir damit gut, ne. Und das hier sind eher Coastal, das sind eher, ja, Milizen oder was, ne. Schön, schön, fällt mir echt gut. Okay, Coastal Battery, so, sollen wir die dann mal hier in Besitz nehmen, wie mein das? Oder die noch, oder was ist denn hier? Mal die jetzt irgendwie besetzen, oder muss ich die besetzen? Nee. Hm. Hm. Defensor, Division Commander is defensive and doesn't take many risks. When you issue a defensive line, the commander will do his best to hold. Ah ja, ok. Hm. Ja, jetzt haben wir es. Time left. Das gefällt mir gut, wie man hier so die Linien zeichnet. Ja, wir haben es. Units. Statistics, schauen wir mal. Fünf Schiffe, 56 Kanonen. Ja, aber da waren wir fast eben müde. Auch wenn wir jetzt hier mehr Schiffe haben, haben wir natürlich auch ein paar unbewaffnete Schiffe. Fleet Casualties, one sunk, one captured. Au, arme Casualties. Goals. Officers. Goods. Captured. Ah ja. Schön. Mercedes und Waffen haben wir hier. Spanish M1717. Sehr schön. Super, da gibt es verschiedene Gewehrtypen schon mal. Das ist schon mal richtig cool. Gucken, was jetzt kommt. Aber ich würde sagen, mit der zweiten Hälfte dieses Gefechts, hören wir auch auf an dieser Stelle und machen mal einen Schnitt. Ich weiß noch nicht, ob da jetzt noch irgendein Video kommt oder so. Ja, wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Also, ähm, ich bin natürlich, äh, ja, emotional mehr bei Dreadnoughts. Also, das interessiert mich aber ein bisschen mehr. Trotzdem mag ich die Zeit der napoleonischen Kriege auch unheimlich. Und ich finde, die Spielindustrie vernachlässigt dieses Zeitalter ein wenig zu viel. Wir lesen es jetzt hier nochmal, den Text war ich. Expedition, Friday, March the 10th, 1780. I have been promoted to captain and given command of a brick and an old sloop. I dreamed of staying on the HMS regiment, but to do so I would have had to remain a lieutenant. Promotion is better choice, right? Auch das erinnert mich doch sehr an die Serie Hornblower. Schaut euch die wirklich mal an, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz heißer Tipp. Und, ähm, die ist relativ unbekannt, die Serie, aber ist echt gut. We are anchored in the mouth of the San Juan River and there we wait. We have had no news from home, no news from Jamaica, no news at all. There is a saying during war, no news is good news. But soon we will need to replenish the food and rum for the men. The rumors of half-rations may become reality in a matter of weeks. Also, wir wären ja gern an Bord der HMS Richmond geblieben, aber nur so konnten wir halt eben ein eigenes Kommando haben. Von daher haben wir jetzt das Kommando übernommen von einer Brick und einer Schaluppe. Schaluppe ist ein sehr leichtes Schiff. Und eine Brick wurde viel bei Händlern eingesetzt. Es gab aber auch bewaffnete sogenannte Navy Bricks, die dann zur Kriegsführung irgendwie umgebaut waren. Ja, wir ankern jetzt hier noch im San Juan River und warten auf Neuigkeiten, die wir aber nicht kriegen. Weder aus der Heimat, noch aus Jamaika, noch irgendwelche anderen Nachrichten. Aber, ähm, äh, es gibt ein Sprichwort, das sagt, im Krieg sind keine Nachrichten. Gute Nachrichten ist so ein bisschen wie am Briefkasten. Keine Post ist gute Post, oder? Ansonsten sind es doch nur wieder Rechnungen und Mahnungen und sonst was. Okay, ihr Lieben, ich bin der Basti, ich bin hier raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.